so wir waren gestern in der ebene der magie oder wie das heißt seid gegrüßt wollen erst mal gegenstände identifizieren kälte schaden plus drei mana zwei schaden plus 9 leben so ok also 20 stück passen rein das hätten wir somit auch erfahren die kommt noch hier rein und der rest komplett guten tag weg 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 und nein die letzte nicht ja das war ja die die hier unten war genau so reparieren 550 bucher also wir haben ja gestern schon herausgefunden wo wir rein müssen wir müssen hier oben rein wir wissen natürlich nicht was passiert wenn wir in ein anderes grab reingehen wir gucken einfach nur mal kurz weiß ja nicht ob hier überhaupt mobs drin sind ja hier sind mobs drin ach komm bleib doch mal da also wir könnten jetzt jedes 1 jede einzel falsche griff durchsuchen um zu gucken ob wir irgendwelche schätze finden machen wir nicht also bei uns hier ist tal raschers grab hier oben wer die folge von gestern nicht gesehen hat hier oben ist ein symbol und dieses symbol suchen wir das hier und da gehen wir jetzt rein ok gehen wir erstmal runter ein weg 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 jetzt lass mich hier raus verdammte scheiße da weg 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 beleben da können wir noch ewig kämpfen so japan ring wir haben auch irgendwas aufgenommen was wir eigentlich gar nicht haben wollen was ein stress hier ja kommen wir gehen hier jetzt erst mal rein links rum hallo da ist nichts drin ok wir brauchen unbedingt eine bessere waffe meine begleiterin ist fast tot jetzt ist er tot so und du stirbst jetzt ja so hier ist nichts mehr sonst auch so ein trottel gut was haben wir hier einen ring leichter halt dran den können wir auch noch mitnehmen was ein betrieb ist aber nicht der gastfreundliche unten wo willst du denn noch ich bin hier aus leute ich bin momentan schon wieder dezent gestresst haut der ab oder flüchtet er das spiel ist nicht so hier haben wir alles hallo da drüben ok yo yo ist hier gut so sind noch was nein gut da haben wir hier wenigstens schon mal durch da waren wir drin genau wir sind hier reingekommen hier entlang hier runter da lang ok dann kommen wir einmal hier weiter eine ld also ich glaube mit der waffe das muss man noch ein bisschen ändern wo ist der trottel da alter ich laufe jetzt einfach vor die idioten hauen ja sowieso ab so haben wir hier noch etwas und sag da ist nichts ok hier war noch gold im griff von den opfern leben zurück also von denen kriege ich auch kein leben zurück genau wir kämpfen auch besser gegen den hier würde ich sagen zestus was sind zestus ah ok das kann weg hier drüben ist sonst nichts mehr da ist noch ein sarg eibenstab hallo noch mehr von denen ich krieg ein bisschen leben zurück aber nicht allzu viel ok wir haben gefunden wo wir den stab einstecken müssen also dann was haben wir hier gesundheit schreiben brauchen wir gerade nicht dann werden wir hier als letztes hingehen ja ich wusste ja nicht dass wir hier direkt das finden wo wir mit dem stab hin müssen so da lang moment gibt es einen geheimgang nö sieht nicht so aus gut dann gehen wir jetzt hier lang da möchte ich noch nicht rein war hier sonst noch was so was gibt es hier ja komm her halt dran mitnehmen ok da geht es rein da ist auch auf ok dann ja 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 also hier drin war es das glaube ich in dem raum oder hier unten gibt es noch weiter ja genau macht auf und direkt kommt ihren gegner entgegengesprungen okay ich würde sagen wir machen dann morgen hier drin weiter